Hallo Leute, mein Name ist Janus von der OSEIN 100 und willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Da ich in der Vergangenheit schon mal einige Chicken Farm Tutorials gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute mal eine aktuelle Version, welche auch in dem neuesten Snapshot der Version 1.8 klappt. Diese Version ist momentan noch ein wenig buggy, sodass manchmal die Hühner scheinbar nach außen glitschen, aber in Wahrheit bleiben die hier drinne und ich denke mal, wenn die wirkliche Vollversion von der 1.8 rauskommt, können die Hühner auch vom Aussehen nicht mehr nach außen glitschen, sondern bleiben in der Farm drinne. Die ganze Farm wurde nicht von mir erfunden, sondern von Zezuma, Link zu ihm ist unten in der Videobeschreibung und am besten zeige ich euch jetzt mal, wie man das Ganze baut und was man dabei beachten sollte und warum man welche Blöcke bauen muss und das Ganze natürlich jetzt hier in Deutsch. Als erstes brauchen wir eine Grundfläche mit den Maßen 3x6 und wenn ihr diese dann ausgehoben habt bzw. aufgefüllt habt, könnt ihr hier drunter eine Bodengrundlage machen. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch das Ganze Gras lassen, das ist euch überlassen, dafür könnt ihr dann einen Block eurer Wahl nehmen. Das Ganze wird 5 hoch und so teilen wir das Ganze jetzt in 5 Etagen sozusagen ein und dort zeige ich euch dann, was man wo beachten muss. Die erste Ebene ist die einfachste, dazu nehmt ihr jetzt einfach eine Kiste, hier hinter kommt mit Shift-Klick ein Hopper hin, hier vorne umrandet ihr das Ganze dann jetzt schnell mit einem Block eurer Wahl, natürlich muss es ein fester Block sein und dann habt ihr dementsprechend auch schon die erste Ebene fertig. Die zweite Ebene ist schon etwas komplizierter, dafür nehmen wir uns als erstes einen Glasblock, setzen den mit Shift-Klick auf die Kiste, gehen dann 1, 2, 3 Blöcke in diese Richtung und 3 Blöcke in diese Richtung. Dann setzen wir hier drauf mit Shift-Klick auf den Hopper einen Half-Slap, hier vorne kommt ein Dispenser hin, der nach vorne zeigt. Wenn ihr diesen dann habt, nehmen wir uns einen Redstone-Repeater, der nach hier zeigt, einen, nein, dieser muss nach hier hin zeigen und einen, der nach hier hin zeigt. Hier hinten kommt dann ein Redstone-Comperator hin und dann könnt ihr das Ganze jetzt hier relativ einfach mit sozusagen Redstone umfassen. Das einzige, was wir vorher noch machen müssen, ist das Ganze so anschließen. Das hier vorne ist ein kleiner Bug, in Wirklichkeit sind hier an dieser Stelle die Einheiten natürlich verbunden, das sieht man jetzt leider nicht, aber wie ihr seht, sollte hier eigentlich die Redstone-Linie lang sehen. Das ist jetzt wie gesagt nur ein kleines Problem, der 1, 2, 8, aber in Wirklichkeit sind die verbunden. Um euch das Ganze zu zeigen, kann ich euch jetzt mal beispielhaft ein paar Schicken-Eier nehmen, die suchen wir jetzt mal raus. Ich nehme jetzt mal in diesem Fall 5 Stück, ich denke mal das sollte erstmal für den Anfang reichen. Diese könnt ihr jetzt hier in den Dispenser reintun und wie ihr seht, funktioniert das Ganze, das Ganze ist halt wie gesagt nur ein visueller Bug. Und das Ganze funktioniert so, dass sobald ein Schicken sozusagen hier oder ein Ei hier reinkommt von den Schicken, dass dieses hier mit dem Comperator sozusagen das Signal rausnimmt. Und hier ist dann eine kleine Glock drumherum gebaut, die dann automatisch die Eier hier reinschießt. Die dritte Ebene ist dementsprechend schon leichter, dazu nehmt ihr einfach einen Glasblock, setzt den wieder hier oben drauf. Dann haben wir hier an dieser Stelle wieder unsere typischen drei Blöcke, nehmen uns dann einen Whetstone oder einen Hopper, setzen den hier hin. Dieser muss dann hier in den Dispenser rein zeigen, dann kommt hier und hier jeweils nochmal ein Hopper hin, sodass sie alle in diesen reinführen. Und jetzt umranden wir das Ganze noch mit vollen Blöcken und dann sieht das Ganze so aus. Als nächstes müsst ihr dann den Lava-Eimer nehmen, setzt den an diese Stelle und wie ihr seht, geht die Lava nicht ganz auf den Boden. Und das ist das Prinzip hinter der Farm. Nachher werden hier, sobald Eier gelegt werden, die Eier hier reingeschossen, das haben wir uns ja gerade angeschaut. Und da kleine Hühner nur 0,5 oder kleiner Blöcke hoch sind, glitschen die in diesem Bereich hier zwischen und werden nicht von der Lava erfasst. Sobald diese Hühner dann aber erwachsen werden, glitschen die sozusagen, oder nicht glitschen, sind die dann mit dem Kopf in der Lava, die Lava brät die. Und gleichzeitig, sobald die gebraten sind, saugt der Hopper das fertige Ergebnis raus und dementsprechend hat man dann hier gebratene Hühner und dann auch noch natürlich Federn. Die vierte und die fünfte Ebene sind dementsprechend auch noch relativ leicht zu bauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier oben auch nochmal Glase tun. Das Ganze umranden wir dann wieder wie immer mit unserem normalen Design. Hier vorne müsst ihr jetzt keinem Lock hin tun, das ist nicht verpflichtend, da einfach die künstliche Intelligenz der Hühner sozusagen so ausgelegt ist, dass sie nicht in Lava rein können. Hier oben legt ihr dran jeweils die Teppiche bzw. Carpets drauf und nun können wir die ganze fünfte Ebene bauen. Dazu umranden wir das Ganze, füllen die ganze Decke auf. Ganz wichtig ist, dass hier keine Blöcke reinkommen und wenn ihr wollt, könnt ihr dann hier an dieser Stelle zum Beispiel eine Trapdoor bzw. eine Falltür hin tun, sodass ihr hier immer Hühner reinfüllen könnt. Was ich euch empfehle, vor allem wenn ihr jetzt noch in den Snapshots der 1.8 spielt, wo die Hühner noch etwas rein und raus glitschen, könnt ihr am besten 16 Hühner nehmen. Ich würde euch ein paar weniger empfehlen, das könnt ihr nachher noch erhöhen, je nachdem wie das stabil bei euch läuft. Ich würde sagen, wir tun jetzt erstmal hier ein paar Hühner rein, setzen die so hin und jetzt wird das Ganze so aussehen, dass sobald ein Huhn sozusagen an Ei legt, wird das Ganze aufgesaugt von den Hoppern. Das Ganze wird dann hier in den Dispenser reingetan. Das simulieren wir jetzt mal kurz zum Beispiel, indem wir uns mal 16 Eier nehmen. Diese tun wir dann hier rein und wie ihr seht, aktiviert die Glock, aktiviert und die Hühner werden hier reingeschossen. Und sobald diese Hühner dann ausgewachsen sind, kommen die in die Lava, werden gebraten und fertig ist sozusagen euer Chicken. Manchmal kann es sein, dass die Babyhühner sozusagen nicht direkt hier reingehen, sondern zu Tode glitschen. Das Ganze ist aber nicht schlimm, da das ja hier eine automatische Farm ist und diese sozusagen immer weiter automatisch betrieben wird. Ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Tutorial gefallen. Klickt gerne mal, wie gesagt, bei Sozuma vorbei, der das Ganze erstellt. Und falls ihr neu auf meinem Channel seid, habe ich in der letzten Zeit auch sehr, sehr viele andere Tutorials erstellt und erzeigt. Und wenn ihr Lust habt, klickt einfach mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es eine Playlist mit den ganzen Tutorials, die sicherlich auch für einige von euch interessant sein sollten. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo auf meinem Kanal hinterlasst und für die, die mich schon längst abonniert haben, einmal kurz das Video bewerten, denn das hilft immer sehr, sehr weiter. Und nun wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß beim Nachbauen und danke fürs Zusehen. Ich bin raus für heute. Ciao, ciao.